Super aufgeregt, es wird auch ein Public Viewing geben, also ich habe, es gibt so eine Location in Berlin, Maya, wo wir Freunde eingeladen haben, auch so ein paar Leute aus den Medien, die machen wirklich so ein Public Viewing draus, es wird ein richtiges Event, ich bin schon aufgeregt und freue mich, ich meine die Quoten sind natürlich wichtig, ich freue mich natürlich, wenn die Leute sich hinsetzen um 20.15 Uhr, sich wirklich nochmal hinsetzen und sich den neuesten Krimi reinziehen. Und dann am nächsten Morgen um 9 Uhr, dann bist du am Handy, wo der Quotenticker ist und sagst, wie viel haben wir denn? Aber echt, ja. Ja, das ist ja natürlich schon hart, davon hängt ja auch viel ab. Davon hängt total viel ab und ist auch total wichtig, aber ich glaube, die Deutschen lieben Krimis, also. Und dann, wenn so ein neuer Krimi kommt, einer neuen Frau jetzt auch. Alter, hallo. Oder? Ja, und dann heißt ja auch noch die Polizei.